Mai, weil ist das langweilig. Ja, ganz schön langweilig. Oh, ist das langweilig. Wenn ich das vorher gewusst hätte, Alter. Man müsste vielleicht was spielen. Spielen? Was denn? Na, vielleicht Kaufmannsladen. Kaufmannsladen, wie wär's denn mit Hopsa oder so? Hopsa kann ich gar nicht. Komm, wir spielen Kaufmannsladen. Du kaufst das, du kommst als Käufer und ich bin der Verkäufer. Das ist hier der Ladentisch. Und dann kommst du und kaufst was. Die Tür ist ja immer offen. Verlimm, verlimm. Guten Tag. Bitteschön, was darf sein? Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Ich hätte gerne eine kleine Flasche Pommes frites. Ich hätte gerne eine kleine Flasche Pommes frites. Eine kleine wird doch wohl möglich sein. Du kannst das nicht. Du bist schlecht sortiert. Nee, nee, nee. Du machst jetzt mal den Verkäufer, ich mach mal den Verkäufer. Ich zeig dir mal, wie man sowas spielt. Ich zeig dir jetzt mal, wie man sowas spielt. Ich komme jetzt. Entschuldigung, die Klingel ist kaputt, was? Die Tür war auf. Ach so. Verlimm, Verlimm. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern Pommes frites. Ja, haben Sie denn eine Flasche mit? Ja. 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 Ja.